dass es da Schildkröten gibt ich sehe so erstmal keine scheiße was machen wir denn aber wir müssen unbedingt auch noch eine Bank bauen auf der wir uns ausgucken können ich glaube da füllt sich die Anzeige schneller wieder auf ja wenn wir nicht bald welche finden dann haben wir ein klitzekleines Problem das sehe ich auch so vor allem wird schon wieder dunkel das sehe ich gerade eher als viel größeres Problem nein überhaupt nicht es ist erst 12 Uhr echt ach dann guck doch mal da oben ja okay dann sind doch die Schildkröten noch das größere Problem gerade hier sind Fische ja kannst du aber nicht mitnehmen die kann man nur mit nur mit irgendwie so einem Speer jagen oder so ne ja wie macht man denn überhaupt so einen Speer kann man doch bestimmt irgendwie verhaften oder denke ich ja verhaften ist ja mittlerweile drin sterbe ich schon wieder wegen Durst komm schon so da ja habe ich schon genommen ach so also langsam wird es echt nervig dass es hier keine Schildkröten gibt mhm vielleicht sollten wir nach dieser Session mal ein bisschen was jugeln ob man auch irgendwie anders rankommen kann ja weil irgendwie dieser Strand hier ist relativ Schildkrötenarm würde ich mal so behaupten ne hier sind einfach gar keine Schildkröte warst du schon auf der Insel da drüben ja auch keine mhm scheiße und hier steht einfach eiskalt ein Baum im Wasser oh lol ja ne weder einer von uns rennt jetzt nochmal in eine andere Richtung oder wir scheißen da erstmal drauf naja ich fänds sehr nett wenn du das dann machen würdest weil ich kann einfach jo Hilfe Hilfe okay der greift gar nicht an andere Seite wir sind zwei ja und ich habe keine Ausdauer ich habe Hunger scheiße hab dir eben Snack reingehauen also zwei würden wir schaffen oder so ja klar warte ich zieh ich ja full life aber ich zieh mir eben Snack rein mhm so okay greifen wir an jo ja Pisser rennt halt weg und easy wreck komm komm her also ich hab den hier oh ich hab nen Zahn ich auch und nen Snack get dodged uren son hast du hast du oder soll ich helfen ne krieg ich hin alles easy kann man die nicht irgendwie auch zerstückeln und dann ja ich kann den ja aber nicht schlagen also ich kann ihn schlagen aber es passiert nichts so Kopf ist abgetrennt hä oh Arme sind ab oh dann lass doch gleich schon so ein Ding bauen dass die uns nicht mehr angreifen oder ja kann man nicht irgendwie auch noch Beine kriegen oh ja ja alter aber die Textur verändert sich naja oh hier ist noch eine kannst du die machen ja warte der hat nen Körper auf den Hütten hinter dir lol dat schrei ja ich bin gerade leider voll beladen ja 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 aber ist sehr interessant wie du gegen sie ah hier ist noch einer als wenn jetzt rüst dich auch wieder aus jetzt rüst dich auch wieder aus zwei sind hier oh der eine greift sogar an und der hat so ne Keule das ist ein Eingeborener dann das ist ein Eingeborener dann musst du wenn der auf dem Boden liegt ist er tot ja ok weil ja und den zweiten kommt so ein bisschen runter kommst du ein bisschen vom Pels runter dass der Tipp auch runter kommt ja ok dann aber er rennt nicht runter du hast keine Lust ja egal naja dann nehm ich hier den Kopf mit und ich nehm meinen Körper wieder mit ja ok ich nehm auch jetzt den ganzen Körper mit äh ich hab den schon seit gestückelt aber lol jetzt kommt er na naja dann weg aber er verfolgt uns die laufen das sieht so affig aus ne ich hab keinen Bock mehr dass der uns verfolgt oh scheiße scheiße hilf mir mal hilf mir mal shit ich war gar nicht mehr full life ich Idiot so das wars willst du den Körper mitnehmen das ist da sind noch Körperteile dran ja ja ich nehm meine Susi mit aber ich hab leider den Kopf schon verloren oh lol bei uns da rennt jetzt auch einer rum siehst du den ne seh ich noch nicht links ok auf der Wiese jetzt hinter dem Stein jetzt seh ich ihn ja hm hm ich hab keinen full life mehr und ich bin auch noch half life ich bin unter half life oh je aber noch nicht ganz krass ok ich hab ungefähr ein viertel was brauchen wir denn alles für äh wollen wir gleich so ein riesiges Ding bauen ja oder wir haben eigentlich relativ viele Teile und ansonsten rennen wir da vorne hin und holen das ja ich hab apartheid es gibt voll viele neue Sachen ja aber wir brauchen dringend diese Schildkröte verdammte Scheiße mhm hallo wir guck mal was hier auf dem Rücken kragen so wollen wir gleich ein Large F.E.G. bauen so ein riesiges Ding ja bau mal ja vor den Eingang sagst du? mh ja also auch wenn es hässlich aussieht aber dann kommen die da wenigstens nicht an ja so hin perfekt dann müssen wir jetzt nur noch jede Menge Köpfe sammeln ah wie viele Köpfe fehlen denn noch? ja man braucht neun Stück äh fünf ähm Heads fehlen sieben und Arme fünf da vorne liegen ja noch so scheiße viele ich hab hier noch einen Arm ok perfekt ah jaja ich hab hier doch auch noch nen so jetzt fehlen noch drei Arme Aua da war der falsche Kollege dann schmeiß ich den Rest des Körpers ein oh lol ok da ist noch einer da wäre ein potenziell letzter Arm jo warte Arme Arme hab ich wir brauchen noch ein sechs Heads ok haben wir alle Arme jetzt? ja hab ich gerade herangesetzt oh lol nice so ich muss nochmal eine Medizin nehmen das ist äh doch bescheid wenn ich Attacke nö soll ich dir helfen? nö immerhin brauchen wir dann nur noch fünf Köpfe oh hält der nicht sogar nen Kopf in ner Hand? ne jetzt nimm her und ab 1 A sag mal was machen wir jetzt eigentlich mit unserem Schildkrötenproblem? Das ist eine gute Frage. Also erstmal bauen wir jetzt unser Dingenschen hier fertig, damit wir da einen Bunker haben. Wir brauchen ja trinken. Ja, das ist auch wieder recht, ne? Wie viel Soda hast du noch? Nicht mehr viel. Ich hab noch drei. Ich hab noch drei. Also wir könnten damit noch ein oder zwei Nächte zu Null darüber leben. Aber dann brauchen wir auch was. Ich weiß nicht wie. Ja, irgendwie muss es die da wohl zu finden geben, oder? Irgendwie. Aber die Frage ist, wie finden wir die erstmal? Vor allem kann ich noch niemals diesen dämlichen Baum fällen. Kann man nicht auch irgendwie Beeren sammeln? Okay, ich hab ganz viele Zähne. Oh, lol. Ich esse jetzt meinen letzten Snack. Ja, ey, du hast... Dann hab ich keinen Snack mehr. Ja, ich hab noch zwei. Ich hatte gesamt nur drei. Oh, lol. Ich hatte irgendwie sechs oder sieben. Ich brauch ganz dringend Energy. Ja, ich esse ihn jetzt einfach. Warte, Leben füllen sich auf. Was? 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 Mich hat ein Baum erschlagen, oder so. Als wenn. Ich bin gestorben. Low Health, feinsam Medizin. Ich hab dich. Okay, okay. Okay, ich hab Medizin genommen. Mich hat diese Baumstamm hier eiskalte schlagen. Ich hab dich wiederbelebt. Hä, echt? Ja. Dann hat sich meine Medizin hoffentlich nicht verbraucht. Lol. Doch, hat sie trotzdem, hat sie trotzdem. Jetzt hab ich nur noch zwei Medizin. Wahrscheinlich, weil ich dich gerade eben wiederbelebt habe und du danach. Ja. Also ich konnte mir auch selber Medizin geben noch anscheinend irgendwie. Okay. Okay, wir haben jetzt erstmal ganz viel Holz her. Ja. Die müssen wir erstmal alle verwerten. Okay, die ersten haben wir. Oh, scheiße. Mir fehlt jetzt schon wieder die Energy. Lol. Wo ist der letzte Baumstamm hin? Der Baumstamm ist verschwunden. Oh, fuck. Ich kann keinen zweiten Baumstamm tragen. Ja. Hier hinten ist noch ein Baumstamm bei mir. Ja. Okay. Mir waren bei mir auch noch zwei. Ich mach mal die Tür hier fertig. Ja. So, die Tür ist auch fertig. Oh, das ist aber schon ganz gut hier, ne? Ja. Haben wir doch schon ganz gut was fertig gekriegt. Das ist auf jeden Fall. Du kommst mal mit, du Körper. Bevor der so hässlich rumliegt. Genau. Ey, da hinten sind anscheinend noch zwei Baumstämme. Hier sind noch zwei Baumstämme. Komm mal zu mir. Oh, es sind drei. Oh, lol. Nice. Komm mal zu mir. Ich kann nur einen tragen. Ja. Ja, ich bin einmal der nächsten Baum, aber kurz. Ja, komm noch eben und hol die zwei. Ja, mach ich gleich. Hier ist auch noch direkt einer dran. Ja. Komm. Und abpacken. Geil. So, perfekt. Geht schneller, als ich gedacht hätte. Abgehakt. Zeig. Hier krabbelt. Ja. Hier ist so ein, so ein, so ein Lizard hochgekrabbelt. Ja. Ah. Lol. Hier liegen. Das war geil. Hier kann ich easy töten. Hier liegen noch drei Baumstämme rum. Drei? Ja, noch woanders. Scheißig. Ich kann nicht mehr nix mehr machen, ey. Zack, zack. Hier waren noch zwei Arme, ey. Das geht zu zweit, aber ganz schön schnell. Ja. Wo ist denn die Tür? Ah, hier ist die Tür, okay. Ah, wir brauchen noch vier Köpfe. Aber die Nacht bin ich nicht fürs Kämpfen zu haben. Ja, ich auch nicht. Weil ich hab nix mehr in Energy. Okay. Gar nix? Ne, ich kann maximal einmal auf nem Baum draufschlagen. Oh lol. Weil es füllt sich auch so ewig lahm auf. Ja. Guck. Nein, du schlägst direkt auf zwei Bäume ein oder so. So, bevor ich hier schlagen werde, geh ich hier mal weg. Kannst du fällen? Ich hab auch keine Energie mehr. Ah, okay. Ich begebe mich dann schon mal nach oben ins Haus. Ja, mach das. Und entzünde unser Feuer erneut. Sehr gut. Und zack. So, fällst du auch in die Richtung? Sehr nett. Dankeschön. Lol, aber immer voll hell. Mhm. Nice, ne? Jo, das kriegen wir doch gleich schon fertig, oder? Ja. Warte, weißt du was? Ich jetzt mal versuche. Ne, woher dann auch? Ah. Ich versuche jetzt mal, wir brauchen doch eigentlich nur so ein Temporal, äh, so ein Temporal-Chelter, oder? Ja. So, ein Baumstamm müsste die einigen Rücken rumliegen. Kann man die nicht auf Schräge stellen, oder so? Doch, geht. Geht, geht, geht. Easy. Dachte ich. Alter. Ich kann den nur da hinstellen, wo unser... Ah, hier unten kann ich den nicht hinstellen. Ich kann hier keinen Schelter... Doch, jetzt, 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 warte, warte, hab's gleich, hab's gleich. Ist das ein Krampf? Alter, der packt so übel rum, ne? Ja. Steht der gut? Geht so, ne? Hast du noch Steaks? Ja. Kann man da noch hochklettern, jo? So. Speichert. Wir können nur speichern, ne? Dann bringt er uns nichts. Weil speichern können wir auch oben. Lass ihn wieder abreißen, oder? Kann man den abreißen? Oh, lol. Nein, ich fäll unseren Baum hier hoch. Nein. Tut es nicht. Ich glaub, den können wir nicht wieder abreißen, oder? Äh. Was ist denn dat? Warum? Egal, steht der eben hier. Sieht jetzt auch nicht so schlimm aus, oder? Ja, hast recht. Ist auch nicht so, wie ich dich, ey. Das Feuer ist schon wieder nicht so super entzündet. Ich nehm nochmal einen Baumstamm mit. Und dann... Ja, und mal gucken, lass die Nacht noch machen, oder? Und dann den nächsten Tag noch. Und bei der nächsten Nacht irgendwie, was meinst du, reicht dann, oder? Ja, dann haben wir ganz gut was aufgenommen. Ja. Und dann können wir ja morgen nochmal was aufnehmen. Jawoll. Er fällt einfach in die perfekte Richtung. Krash. Aber ich will auch wieder was machen können, aber meine Energy reicht nicht. Ich versuch mal eine Bank hier reinzustellen. Die braucht, ähm, zwei... Äh, nur zwei, äh, Baumstämme. Ja, mach das. Ich kann dir zwei geben. Verdammte... Kann... Kann... Warte, kann ich die irgendwie... Lol. Ich hab Feuer. Warte. Ich... Ich guck mal, ob ich die oben hinstellen kann. Aber ich denke nicht, weil die mit Baumstämme gebaut wird. Mhm. Wäre ja irgendwie nice, wenn die oben steht, oder? Ja. Aber ich weiß nicht, wie wir das Feuer da oben hinkriegen sollen. Ja, das Feuer ist doch hier oben, oder was meinst du? Äh, die, äh, Holzstämme. Ja. Geht auch nicht. Scheiße, jetzt hab ich die außerhalb platziert. Oh wow. Müssen wir gleich mal löschen. Müssen wir gleich löschen. Ich stell die hier, ähm... Was? Hier ist ein Kollege. Der Kollege steht direkt vor der Tür. Dann lass mal hochgehen, oder? Oder was tut der? Einfach nix. Der ist einfach volle Kammer vorbeigerannt. Ja. Och. Guck unsere Bank. Boah, die steht scheiße. Oder? Ne, die geht. Komm hoch. Ich hör da irgendwas. Unser Feuer geht nicht. Das ist nicht mehr richtig. Gucken. Ob es jetzt läuft. Oh, der ist direkt vor unserer Wand. An der schlecht platzierten Bank. Oh, lol, da. Das Bank, ey. Ja, die müssen wir noch löschen. Wie ich schon sagte. Hast du die andere, die hier unten ist, zählt aber, oder? Ja, die, die zählt, zählt. Da brauchen wir zwei Baumstämme für. Weil ich glaub, dann können wir viel, viel schneller unsere Energie, die uns fehlt, aufladen. Ich mach mir mal was zu essen. Oh, hingesetzt. Komm, setz dich hin. Ja, ja, ich mach mir eben was zu essen, weil, ähm, ich brauch was zu essen. So. Ich hab nur noch halben Hunger. Oh, lol, das regeneriert die Energie ja übelst schnell. Echt? Ja, aber richtig. Okay. Tesch nice natürlich. Wie geil ist das denn? Ich schache ja, wir brauchen eine Bank. Hm. Das ergibt Sinn. War schon eine nice Idee, ne? Ja. Ja, ja. So, dann setz ich mich auch eben mal schnell hin. Hab ich was zu essen? Nee, ne? Ah. Sitzt bei mir irgendwie vor der Bank, aber Yolo. Nicht so wichtig. Hier schreien so viele Leute schrumm. Ach, da bist du. Moin. Ah, ich bin voll. Full. Ich denke, die Bank ist einfach nur durch Multiplayer kompatibel gemacht. Ich weiß nicht. Achtung, die hauen gegen die Wand, ne? Oh, nö. Die geht jetzt aber dadurch nicht kaputt, oder? Doch, das kann sein. Die kann man reparieren. Okay. So ist ja nicht. Aber er ist weggegangen. Okay. Er versucht wieder dagegen zu rennen. Aber pass auf, der ist ganz schön aggressiv. Nicht, dass du stirbst. Ich habe keinen Bock auf einen Kampf gerade. Ich möchte meine Energie lieber fürs Baum verwenden am nächsten Tag. So, komm ich. Nein. Dieser Idiot. So langsam regt er mich auf. Gut, ein Terp. Okay, töten wir den eben. Okay, okay. Okay, Attacke. Ey, Kahn, sieh ihm. Jujo, sieh ihm. Hau nicht unser eigenes Ding kaputt, ne? Entschuldigung. Guck mal her, ey, Kollege, ne? Oh, lol, habe ich mich erschrocken, Alter. Ich dachte, ich will tot. Herr Kollege, ist gut jetzt. Zahn. Zahn. Mann. Ey, du, so langsam wird das Trinken zu einem großen Problem. Das ist durchaus korrekt. Zu einem sehr, sehr großen Problem sogar. Ey, hier sind noch zwei. Okay, lass hochgehen. Oh, und das kann doch jetzt nicht wahr sein, oder? Was tun die denn da? Vor allem, wo sind die? Ich setze mich die ganze Zeit auf die Bank. Du musst näher an das Seil gehen. Komm von der anderen Seite an das Seil. Ich setze mich die ganze Zeit auf die Bank. Geh mal von der anderen Seite ran. Was tust du? Ja, siehst du doch, ich generiere. Bei mir hier zeigt er immer zwischen Bank und geh mal hier in die Ecke, wo ich bin. Da zeigt er mir beide Zeichen an und dann gucke ich mehr auf das Seil und drücke dann E. Nö. Nicht? Oh, jetzt. Doch, jetzt. Jetzt bin ich wieder weg und jetzt bin ich wieder da. Und ich bin wieder weg. Und wieder da. Und wieder weg. Und ich bin vor dir. Oh, nein. So richtig räudig. Und ich bin wieder weg. Vielen Dank.